Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Doom 64 und das am 25.12.2020. Ja, ich nehme euch schon mal den ersten Weihnachtsfeiertag und ja, ich hoffe ihr seid gut in Weihnachten reingerutscht. Hoffe ich mal und habt gut, schön gefeiert und gegessen. Ja, und jetzt werden wir hier mal weiterspielen. Wir sind zuletzt hier in Level 15 stehen geblieben von 32 und wem das Ganze gefällt, ist Doom 64. Und keine weiteren Folgen verpassen will, sei es halt hier oder halt bei anderen Projekten oder halt schaut euch meine anderen Doom-Teile an, die ich jetzt played habe, die cool waren, richtig geil waren. Und wer auch weiter keine Videos verpassen will oder auf dem Laufenden bleiben will, wie mit Streams, wie mit den LPs, die ich noch vorhabe für das neue Jahr, natürlich kommen noch neue, neuere dazu. Und das wird erstmal eh das Letzte hier sein, was ich aufnehme und ja, unterstützt es, wäre toll von euch, mich zu unterstützen oder das ist einfach ein Abo da, um das hier, äh, auf dem Laufenden stand. Okay. So, was haben wir denn hier? Eine Pumpgun. Brumms, fängt ja gut an. Und ja. Also, ich rufe Energie. Also, nein. Ja, und ich rufe Brot. Fick dich. Wunderbar. Ja, das wird ein Level. Das wird ein Level. Ei, 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 ei. Ich sag ja. Fuck, Mann. Wir müssen ein bisschen Energie mitnehmen. Hier rein. Ja, das wird lustig hier. Ich hab' ich jetzt nicht gesehen. Ja, komm. So, ich hatte eins und zwei getätigt, das weiß ich noch. Ich mach mal einen Save. Ich will jetzt ganz genau ein bisschen beamern, das hier schaffen. Das ist ja überhaupt kein Plan. So, komm. Äh, wo ist das denn? Wo ist das denn? Und dieses Mal nehme ich Schalter drei. Ich will erst mal eh genau das. Hier hin. Das ist schon mal down. Wir nehmen uns jetzt den vierten Schalter. Zu Brust. Ich brauch' den blauen Schädel da. So, Schalter vier. Ich hab' noch mal ein bisschen Rüstung mitgenommen, aber es bringt nicht viel. Nee, das ist es ja. So, Schalter fünf nehmen wir uns jetzt vor. Ich hab' noch mal. Das ist noch einer. Wo ist denn die nächste? Eins, zwei, drei, vier. Guck mal den hier. So, klar, ey. Diesmal nehme ich mir jetzt den fünften vor. Was bringt das eigentlich, wenn man die drückt? Da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden. Nee. So, drück' mir den hier. Wie krieg' ich den hier runter? Ja, klar. Ja, klar. Ach, Mann, ey. Ist doch ätzend. Ist doch jetzt, ey. Ist doch richtig nervig gerade. Ich hab' noch nicht. Aber was wirkt hier? Hä? Hallo? Was haben wir hier eigentlich? Versteht das System hier noch nicht ganz? Nee. Ich will mir noch nicht so... Ich will mir noch nicht so damit irgendwie warm werden. Ist es jetzt nur um wirklich die Rüstung zu holen oder warum machen wir das hier? Ja, ich guck den roten um. Wieso ich das nicht weiß? Wisst ihr was? Ich überspringe die Nell. Ist mir jetzt zu blöd. Ist mir jetzt einfach zu blöd und dann basta. Hier. Genau, das suche ich. So, wo war denn das? Genau. Ich hab's jetzt hier gleich. Äh, ja. Haben wir's doch. Level 15. Heißt, wir müssen eingeben... Äh... Das hier. Nein. So, wir gehen jetzt auf Option. Jetzt seht ihr mal, wie ich ein Level überspringe. Das zeige ich euch jetzt mal persönlich. Also... Das ist einmal hier... I. Das ist T. Äh, boah. Das ist T. Das ist T. Was ist denn das I? Das ist T. Das ist T. Das ist T. Ich glaub sowas soll ein L sein, oder? Das glaub ich nicht. Ich nehme das hier. Dann die 8, 9 minus 2 mal B, dann noch ein 2, der Ende 6, 9, ZB, nee, das ist ein P, übrigens ZP. So, und dann noch TVK. Ja, ich musste das echt machen, ich bin jetzt von Level 15 auf Level 18 rüber gewechselt, weil... Ja, ich will mal gucken, ob ich das hier schaffe. Okay. So, noch mehr... E, nein...